Wie gross ist dann der Wert dieser Aktie im Verhältnis von solchen Sachen, die man beobachten kann? Wie zum Beispiel bei Verbrünn die Aktie macht. Kannst du dir das vorstellen? Wenn man jede Aktie, was sie wert ist, ins Verhältnis setzt zu den Gewinnen, die sie erwirtschaftet. Dann kann man jede Aktie so anschauen. Dann gibt es Firmen, die sind viel mehr wert oder kosten viel mehr, sagen wir es mal so, als sie Gewinnen machen. Und es gibt auch andere Firmen, die... Ja, macht das Sinn? Der Gewinn ist ja nicht unbedingt die Grösse, die etwas über die Zukunft aussieht, sondern eher über die Vergangenheit. Ich sehe das bei mir in der Praxis. Je mehr sie investieren, desto weniger Gewinn mache ich in einem Jahr. In diesem Sinn. Aber die Investition hat ja regulonen Zweck. Also, dass sie beispielsweise einen Raum mehr zur Praxis dazunehmen oder in dieser Art. Da kann ich Kostenwohnen stehen, aber das würde für meinen Geschäftsverlauf durchaus etwas Positives bedeuten. Genau. Ja, das ist absolut richtig. Also, es kann so sein, dass eine Firma, was sagt, ich investiere viel in die Zukunft, einen kleinen Gewinn hat. Obwohl sie eine hohe, viel kostet, weil halt viele sehen, hey, die investieren in die Zukunft, die lohnt sich zu kaufen. Das ist absolut richtig. Das ist nämlich eine Grösse. Eine Grösse, genau. Eine Grösse, genau. Und sie hat wirklich ihre Probleme. Das ist absolut so. Sie hat ihre Probleme. Wenn du schaust, wie viel Gewinn sie macht und es vergleichst mit den Kosten dieser Firma, gehst du vielleicht völlig in die falsche Richtung. Langfristig ist es aber so, dass der Wert dieser Firma nicht langfristig weit weg sein kann vom Gewinn. Also irgendwann musst du, wenn du jetzt viel investiert hast, auch einen höheren Gewinn haben. Natürlich. Also langfristig muss eigentlich den Gewinn korrelieren, also quasi abhängen von den Kosten der Firma. Das muss langfristig eigentlich etwas miteinander zu tun haben. Kurzfristig kann es sich aber abändern. Darum kann man auch andere Grösse anschauen. Man kann sich sagen, eine Firma, die sehr gross ist, sollte mehr wert sein als eine, die klein ist. Und die Grösse kann man messen am Umsatz, die sie z.B. macht. Oder am investierten Kapital. Wie viele Maschinen gehören ihnen quasi. Wie viele Häuser haben sie, wie viele Immobilien, wie viele Markenrechte haben sie, die sie aktivieren konnten, die sie quasi als Assets-Builder auf der Bilanz sind. Also das alles nennt man investiertes Kapital. Und je günstiger eine Firma ist zu dem, was sie an Assets hat, desto besser ist es, dass man sie kauft. Also das ist eine der ganz wichtigen Erkenntnisse. Also man kann den Wert oder die Kosten einer Firma als Verhältnis zu Grösse, vom Gewinn, vom Umsatz, vom investierten Kapital z.B. Das ist extrem beliebt. Das erste nennt man das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Also Kurs ist quasi Kosten-Kurs-Gewinn, KGV-Verhältnis. Das zweite ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Und das dritte Verhältnis nennt man Markt-zu-Buchwert. Also wie viel ist quasi der Bücher der Firma und wie viel ist wirklich an der Börse gezahlt für die ganze Firma. Also Market-to-Book auf Englisch oder Markt-Buchwert. Price-Earnings, das ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und dann auch Sales-Earnings, Price-Sales nennt man es dann. Das Verhältnis zwischen Umsatz und Kurs. Das sind so wichtige Verhältnisse, wo du schauen kannst, ist der Wert der Kosten der Firma gerechtfertigt von der Grösse, die sie hat. Auch die Dividenden, die du z.B. Also wenn du sehr viel zahlst und kleine Dividende rüberkommst, ist es sehr teuer, als wenn du grosse Dividende rüberkommst für relativ günstige Firmen. Also auch die Dividendrendite sagt dir etwas aus, wie günstig du die Firma rüberkommst. All das nennt man Value-Indikatoren. Wie viel Value kommst du rüber für das Geld, das du auskommst? Und das ist, glaube ich, die erste grosse Lektion. Eine Möglichkeit Fakten anzuschauen ist, die Value-Indikatoren anzuschauen.